ja auf mein pilz fressen zu wollen ich wollte ich wollte ihn da hinsetzen kommt dahin und jetzt fällt auf eigentlich hätte ich ihn hier hinsetzen müssen ein fail im fall dann daher so jetzt brauche ich die linien ich wollte eigentlich hier dann habe ich hier den pilz verteidigung auch hier ein bisschen mehr verteidigung ich kann nicht einsetzen ein bisschen mehr sicht schadet nicht jetzt habe ich hier alle pilze dann können wir jetzt noch mal weitermachen mit was fangen wir denn an mit der tollnet ich glaube da habe ich dann auch erst mal gleich einen pilz drauf ein kürbis meine ich so dann haben wir als nächstes hier eine tollnatten wenn sie verfügbar wird hier nichts kommt da ein kürbis drauf und dann weiß ich noch nicht den kaktus müssen wir auch irgendwann mal pflanzen aber fürs erste reich ist ja noch ein bisschen sonnen sammeln hier gleich mit dem kürbis bereit da ist auch schon ist ein ins wasser erde macht mir nichts ich glaube jetzt kann man langsam dann doch erde nehme ich mir noch auf den kaktus sobald einer mit ballon kommt pflanze ich ihn bis dahin machen wir mit dem tollnach und dem da kommen sie schon mit den tollnach und mit den kürbissen weiter wir haben auch die normalen pflanzen schon alle gesetzt nur noch die hier ist nicht überall und als nächstes werden die tollnach im wasser gesetzt also aufs wasser da wird dann nur noch ein kürbis das war jetzt nicht sehr effektiv ich glaube aber das schaffen sie noch so ein flieger ist immer noch nicht aufgetaucht setzen wir jetzt einfach mal dahin hier könnte aber eine tollnach sind jetzt können wir eigentlich mal doch langsam zehn pflanzen hier nächstes schutzschild auch hier hinkommt eine kaktus ja doch kaktus mache ich das dachte ich schon ich habe es mit dem kürbis verwechselt ich brauche hier ein paar kürbisse noch aber die sind alle auf abklingzeit ah den kann ich wieder machen so hier kürbis so die machen ein bisschen schaden da oben war schon einer geflogen ist glaube ich also nicht mal weg hier so und paulnach sind alle da sind auch alle am leben kürbis ab abklingzeit ich kann nicht machen kürbis so dann hierher paulnach sind auch noch alle da oh der weint schon ich will nicht dass du weinst paulnach fährt mir auf in letzter Zeit war immer dieses weinerliche immer mehr geht mir langsam ein bisschen auf die Nerven aber ich merke es immer nicht geht es euch eigentlich auf die Nerven merkt ihr das überhaupt hier können wir den Pilz gleich mal weghauen ein kürbis so wir haben mit dem da hin das machen wir mal so oh oh das könnte jetzt ein bisschen schmerz das hat ich glaube der hier gibt es vielleicht nach Geld vielleicht gibt es auch nicht nach der schießt nicht mehr oh oh Kürbis ich hoffe mein kürbis hält durch das ist der letzte zombie glaube ich schieß kaktus schieß ja du hast in den helm abgeschossen der kaktus lebt immer noch äh der kürbis nein er wird gefressen kürbis halte durch die Nachricht für das nächste special die Nachricht für das nächste special you found a note hello this is your mother please come over to my house for meatloaf leave your front door open and your lawn unguarded sincerely mom not the zombies hehehe wie geil es regnet es why did it get so dark all of a sudden this can't be good er will help you survive in the night es war doch gerade nacht oh oh ja geil plant einfach mal dahin da hab ich den ersten zombie gesehen da unten hab ich den nächsten gesehen ich brauch einen nütz mal daher auf verdacht einfach ich war sogar richtig ein seashroom oh den hätte ich vielleicht unten setzen sollen so ein pumpkin ich hab den falsch ich wollte den kaktus erwischen hier dahin seashroom lily pad magnet shroom der kommt mal dahin wir sollen mal sehen wie das jetzt dann ausgeht glover ah die haben ja nur ein single use hätte ich aufheben sollen hätte ich ernsthaft aufheben sollen so ähm 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 kommt da hin die nächste kommt mal wieder ein bisschen oben hin oh da hab ich leider noch gar nichts im wasser da muss was hin kommt kommt mal daher kommt mal daher zack bald kommt die erste welle das wird schon was das kann man den helm genommen und ich habe sich hier sieht's cool aus so jetzt kommt dann demnächst die erste welle ich hoffe ich habe das magneteil erwischt habe ich daher 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 der wird aufgehoben noch sehe ich keinen der darum ist ist überhaupt schon eine pflanze drauf ich könnte da jetzt eine pflanze einsetzen egal mache ich auch den nehm ich jetzt aus oder ich hab hier auf dieser lane noch gar keinen okay der ist weg soll ich ihn aufheben da hab ich keinen da habe ich einen da habe ich einen da habe ich noch keinen kann ich aber auch keinen setzen wollte eigentlich da unten jetzt kann ich da einsetzen fliegen tut da keiner gerade bin ich gut nein sie fressen aber ich glaube ich habe es bald überstanden hoffe ich doch ich glaube ich sollte da unten mal wieder welche setzen ich glaube fast alle ist voll hört auf mein kaktus an zu fressen ist weg nein kaktus das passt eigentlich einfach perfekt dazu so ich glaube ich weiß nicht was ich erwischt habe ist egal jetzt kommt gleich die nächste welle von zombies habe ich einen da ich einen da ich einen weiß jetzt nicht ob ich da einen habe aber darüber hätte ich keinen der wird aufgehoben kommst du hin da habe ich da kommst du hin geschafft sieht aus wie ein katapult Cabbage Pult hurls cabbages at the enemy das Dach wow they even found a way onto your roof those aren't some persistent zombies dude you need to use cabbage pults here due to your roof angle remember that and you are good to go was sind das ah es gibt viele die ich hier oben nicht benutzen kann ok erstmal einmal nach den haben wir gelesen den haben wir glaube ich nicht gelesen den haben wir gelesen Magnet Shrooms remove helmets and other metal objects from zombies range nearby zombies special removes metal objects from zombies sleeps during the day magnetism is a powerful force very powerful sometimes it scares Magnet Shroom a little he is not strafe he can handle that kind of responsibility ach das geht schon kostet 100 recharge fastest wieder aufladen hier Cabbage Pult Cabbage Pult hurl cabbages at the enemy damage normal range lobbed weiß jetzt nicht was das heißt vielleicht keine Ahnung Cabbage Pult is ok with launching cabbages at zombies it's what he's paid for after all and he's good at it he just doesn't understand how the zombies get up on the roof in the first place kostet 100 recharge fast so zombies was ist denn das not encountered yet den hatten wir schon nee den hatten wir noch nicht gelesen Poker Zombie Poker Zombie hopes to bypass your defenses toughness the media special hops over plants weakness Magnet Shroom Sproing 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 that's the sound of a powerful and effective zombie doing what he does best und den kennen wir jetzt dann was ist mit dem da Freizeichen hm viele gibt's ja nicht mehr äh die wir noch nicht haben ich glaube wir haben den Abenteuer Produktmodus auch fast durch so was nehmen wir dann also auf jeden Fall die Sonnenblume Tollnet dann nehmen wir auch die hier die will ich auch mal probieren die hier so was noch ich nehme vorsichtshalber mal den hier mit und dann will ich den und den Dreiergeschoss das wird geil let's rock was mir kann ich nicht setzen schade ok ok dann muss ich glaube ich dieses mal mit einer Reihe Sonnenblume auskommen weil ich hier nicht setzen kann das ist blöd so die kostet 100 das heißt die werde ich dann auch jetzt benutzen benutzen greff an ja mach ihn fertig er hat seinen Arm verloren das ist eine schöne Musik hm der nächste in der gleichen Linie das finde ich gut da muss ich hier nichts machen so dann mache ich als erstes die Tollnutt und die haue ich jetzt einfach mal naja ok hauen wir erstmal den da her vielleicht sollte ich auch erstmal die die äh Zwillingssonnenblume machen ich glaube die sind hier wirklich effektiv oder sehr gut so jetzt brauche ich unbedingt hier und hier welche der hier ist zuerst gekommen so jetzt brauche ich ganz schnell 3-2 Sonnen noch da sind sie auch schon so Zwillingssonnen ich hoffe die machen mir das nicht kaputt da habe ich noch keinen so jetzt habe ich überall einen mindestens was ist das da 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 was ist das was der hat mir den Blumentopf geklaut so ein Missteil ach Mist jetzt hätte ich die die hier machen können Mist so klappt so also die nächste Tollnutt kommt bestimmt dann brauche ich den eigentlich gar nicht der Kartenüpper äh äh ähm ähm äh Töpfe Blumentöpfe und das war es auch schon so jetzt muss ich jetzt ich glaube jetzt kann ich wieder auf die hier sparen oder was ist denn da zuerst fertig weiß ich nicht ähm das wird knapp aber ich glaube ich kriege auf jeden Fall genügend und mir äh ich glaube doch dass die jetzt hier der erste fertig wird setzen wir die auch gleich mal eine Sonne brauche ich noch zack so Kürbis ist auch fast fertig oh oh nein 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 okay hat mir nur die Blume geklaut die musste ich jetzt opfern leider nein und da oben ist sie weg das ist nicht gut das ist nicht gut überhaupt nicht gut ist das ähm dann habe ich jetzt vielleicht ein kleines Problem nein das sind die letzten doch ist bereits ich habe kein kein Problem sterb ich brauche mehr Sonnen noch mehr Sonnen noch mehr Sonnen noch mehr Sonnen hier ha Blumentopf oh das ist geil dann kann es mir jetzt auch egal sein wenn sie mir was klauen das ist ja ich habe ein paar Bericht ich weiß nicht das ist ja das ist ja Vielen Dank.